jetzt dann lassen Sie doch mal anschauen ja ja klar, feinlich, jammer meine Fresser haben Sie was zu soffen oder was? Achili, Sie wollen erkennt werden, trinken Sie Alkohol Kaum, 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 also ganz, ganz selten, also wie soll ich sagen, vielleicht mal zu rundem Geburtstag, wissen Sie, immer ein Jahr, ein halbes Gläschen Sekt, also maximal, mehr nicht genau. Also schreibe ich an die Spalte gelegentlich, oder was? Ja, 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 könnten Sie so ungefähr, gelegentlich, bisschen, ja, na, na ja, also man könnte vielleicht aber auch, ich will ehrlich sein, ein Gast in einem Tag geht drauf. Unterstützen Sie das doch nicht noch? ・・ Mensch da, eine Kiste de täglich Ja, 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 ja Na, und dazu natürlich ne schöne Bulle kräuter, ja, also Plus Kräuter Liege, ja Ja, 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 ja Dann brauner zum Nachspülen Und dann natürlich Gin Tonic, ja, so wie sie es gehört. Aber damit tschüss bitte, ja!